Herzlich willkommen Stefan Kutschke. Gestern eingewechselt und direkt ein Joker-Tor gemacht. Wie erlösen war das denn für dich? Ja, nicht bloß für mich, sondern ich glaube auch für die Mannschaft. Es hat noch mal einen Schub gegeben. Klar freue ich mich über das Tor und dass man der Mannschaft auf diesem Wege helfen konnte und für mich persönlich, klar, freut mich auch nach einer langen Zeit ohne Tor wieder getroffen zu haben. Jetzt ist es ja in dieser Saison so, dass man nach jedem Ergebnis schon ein bisschen schauen muss nach oben nach unten. Jetzt war es gestern ein Punkt. Es ist jetzt die Frage, ist es eher ein Punkt gegen den Abstieg oder war es ein bisschen zu wenig, wenn man vielleicht doch noch vorne dran schnuppern will? Ich glaube, wir haben das vor einigen Wochen schon gesagt, dass diese Liga so brutal eng ist und der Blick nach oben erstmal in die Ferne gerückt ist, sondern dass man nach unten schauen muss. Das ist jetzt immer noch so, weil die Liga eben so ausgeglichen ist und deswegen war das für uns gestern ein Punktgewinn, als wenn man irgendwie von verlorenen zwei Punkten spricht. Jetzt habt ihr ein bisschen Abstand nach unten. Jetzt kommen sozusagen die großen drei mit Nürnberg, Kiel und Düsseldorf. Geht man da auch ein bisschen entspannter ran und kann man sich darauf freuen jetzt? Ja, wenn man auch die Ergebnisse aus der Hinrunde gegen diese Mannschaften noch im Kopf hat, sah man da immer ganz gut aus. Klar, es hat sich alles ein bisschen gewandelt, es hat sich was verändert. Ja, für uns zählt jetzt erstmal das Dörby zu Hause gegen Nürnberg. Es ist ein volles Stadion. Ja, ich glaube, das ist für jeden auch Anreiz genug, durch Top-Leistung abzurufen und denen den Fans hier einen Heimsieg zu schenken. Und natürlich freut man sich auf die Top 3, sich mit denen messen zu können. Und ja, es werden spannende Spiele werden. Ja, herzlich willkommen, Hauke Wahl. Gestern zweimal in Führung gewesen und am Ende war es dann ein Punkt. Wie gut kann man denn mit dem leben? Ja, erstmal muss man sagen, dass wir jetzt seit vier Spielen ohne Niederlage sind. Das ist schon mal gut. Trotzdem war es gestern ein bisschen ärgerlich, zumal wir am Ende es, glaube ich, verdient hätten zu gewinnen. Dadurch, dass wir auch nach dem 1-1 wieder stark zurückgekommen sind. Und es ist einfach ärgerlich, weil wir müssen das 2-1 dann über die Zeit bringen. Und ja, das haben wir leider nicht geschafft. Ihr hattet vor den vier Spielen, in denen ihr jetzt umgeschlagen seid, eine, muss man sagen, grottenschlechte Phase. Jetzt seid ihr wieder so ein bisschen obendran. Fünf Punkte Abstand sind es noch. Was ist denn da überhaupt noch drin? Oder macht ihr euch da gar keine Gedanken drüber? Gar keine Gedanken. Jetzt am Sonntag erwartet uns das nächste Eimspiel. Wir freuen uns auf Nürnberg. Es wird ein absolutes Top-Spiel. Da wollen wir die drei Punkte holen. Und ich glaube, wir sollten damit gut fahren, dass wir einfach von Spiel zu Spiel schauen. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir jetzt nicht schauen, was passiert, wenn. Was wäre, wenn. Das sind einfach momentan Sachen, die einfach nur Kraft kosten, die uns Energie ziehen. Von daher sollten wir von Spiel zu Spiel schauen. Wie schön ist es denn, dass man diese Woche nicht auswärts fahren muss, sondern direkt daheim bleiben kann? Klar, in der Hinrunde hatten wir zwei Auswärtsspiele hintereinander. Es war nicht ganz so schön. Jetzt haben wir zwei Heimspiele hintereinander. Wir wollen natürlich auch wieder den Dreier holen zu Hause und darauf freuen wir uns. Herzlich willkommen, Almo Cohen. 100 Spiele für den FCI. Das ist eine ganze Menge. Wie hat sich's denn angefühlt? Ja, fühlt mich gut. Ich sage es nicht. Für mich ist ein bisschen so Besonderes, aber ich wollte einfach das Spiel zu gewinnen und zu lassen unsere Fans stolz zu uns und erfolgreich auch zu haben. Aber so ist Fußball und jetzt fokussend auf das nächste Spiel auf Nürnberg und wir hoffen auch das Stadion wird wie das letzte Spiel. Und das ist unser Fokus, jetzt geht es. 100 Spiele sind es schon. Wie viele sollen es denn noch werden? Wenn ich will, noch 100 Spiele, dann ist es top. Aber ich schaue nur jetzt das nächste Spiel und das ist für uns ein richtig schweres Spiel gegen richtig gute Gegner. Und wir wollen gewinnen, das ist klar. Jetzt seid ihr viermal in Folge ungeschlagen. Davor gab es eine ziemlich schlechte Phase. Was hat sich denn geändert in der Mannschaft? Ich denke, das ist so kleine Sache, was wir ein bisschen verändern. So jeder kleine Zweikampf, jeder gute Pass, von dieser kleinen Sache wird am Ende groß und ich denke, wir haben viel mehr Fokus auf uns und unsere Aggressivität und unsere Zweikampfpräsenz am Platz und ich denke, dieses Wasser macht uns jetzt viel mehr starke.